Der BVB soll dem portugiesischen Europameister die Erlaubnis für Verhandlungen mit Paris Saint-Germain erteilt haben. Das berichtet das gewöhnlich gut informierte Fanportal Paris United. Demnach darf Guerreros-Berater Fali Ramadani nun offiziell mit dem französischen Double-Sieger über einen Wechsel seines Klienten an die Seine sprechen. Guerrero wird bereits seit längerem mit PSG in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt, weil der frühere BVB-Trainer Thomas Tuchel inzwischen in Paris das Zepter schwingt. Der 44-Jährige gilt als großer Fan von Guerrero, lotste ihn im Sommer 2016 nach Dortmund. Dort spielte der 24-Jährige zuletzt aber auch aufgrund zahlreicher Verletzungen nur noch eine Nebenrolle, absolvierte in der vergangenen Spielzeit nur 15 Pflichtspiele. Auch in der Vorbereitung unter dem neuen BVB-Trainer Lucia Favre kam der WM-Fahrer kaum zum Zug. Einem Abgang von Guerrero, der als Linksverteidiger im zentralen Mittelfeld und auf dem linken Offensivflügel auflaufen kann, sollen die BVB-Verantwortlichen laut Bild Nicht abgeneigt sein. Punkt. Angeblich ruft der Revierclub 30 Millionen Euro für den nur 1,70 Meter großen Profi auf.